Was ist autologe Transfusion? Eine autologe Transfusion ist eine Bluttransfusion, bei der das Eigenglut der Person verwendet wird, das entweder vor der Operation, während einer Operation oder Postoperativ statt mit Spenderblut entnommen wird. Transfusionen mit Spenderblut werden als Allogen bezeichnet. Obwohl die Medizin die Techniken zur Identifizierung von Übereinstimmungen zwischen Spendern und solchen, die Blut benötigen, verfeinert hat, sind Allogene Bluttransfusionen nicht ungefährlich. Es besteht immer noch die Besorgnis über die Möglichkeit einer Erkrankung oder Kontamination der Blutvorräte, die Möglichkeit menschlicher Fehler bei der Transfusion des falschen Bluttyps und die Möglichkeit, dass selbst eine eng zusammenpassende Allogene Transfusion gefährliche Reaktionen hervorrufen kann. Aus diesem Grund und darüber hinaus, weil einige Menschen starke religiöse Überzeugungen haben, die Allogene Bluttransfusionen verbieten, haben die Ärzte hart gearbeitet, um Standards und neue Methoden zur Verbesserung der Autologentransfusion zu schaffen. Bei einigen Operationen, insbesondere bei Herz- und Lungenoperationen, kann eine autologe Transfusion gegenüber Allogenen bevorzugt werden. Es gibt einige Möglichkeiten, sich auf eine autologe Transfusion vorzubereiten. Einige Ärzte bitten Patienten, die sich einer geplanten Operation unterziehen, vor der Operation zur Blutspende. Dieses wird dann patientenspezifisch gespeichert und bei Bedarf verwendet. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das während der Operation gesammelte Blut zu verwenden und dieses zurück in den Körper zu übertragen. Manchmal, wenn die Blutversorgung besonders knapp wird, besteht im Notfall keine andere Wahl, als eine autologe Transfusion zu verwenden, um einem Patienten zu helfen, verloren gegangenes Blut durch eine Verletzung oder Operation wiederzufinden. Eine autologe Transfusion ist nicht immer ideal. Bei Herzoperationen kann das Ersetzen von verlorenem Blut durch Eigenblut eines Patienten zu Blutfehlern führen. Es ist besonders schwierig, eine genaue Zählung der Herzenzyme zu erhalten, und es ist möglich, Komplikationen bei Operationen wie Herzinfarkt zu übersehen. Wenn eine bedeutende Verletzung vorliegt, ist es möglicherweise nicht immer möglich, Blut zu sammeln, das als Blutbergung bezeichnet wird, und im Blut können Verunreinigungen vorhanden sein. Autologe Transfusionen werden bei Krebspatienten definitiv nicht empfohlen, da das Blut Krebszellen enthalten kann, die dann in andere Teile des Körpers eindringen können. Menschen mit Infektionen sind keine guten Kandidaten für diese Art von Transfusion, da das Waschen von Infektionsmolekülen durch das Waschen von Blut nicht immer vollständig geklärt wird, was die Gesundheitsprobleme nach einer Operation verschlimmern kann. Wenn Sie an einer Autologen Transfusion für eine bevorstehende Operation interessiert sind, sollten Sie vorab mit Ihrem Chirurgen sprechen. Es muss häufig eine kooperative Anstrengung unternommen werden, um dem Chirurgen rechtzeitig Blut zuzuführen und eine Blutspende zu fahren lassen. Alternativ muss der Chirurg Pläne zur operativen oder postoperativen Blutdruckgewinnung aufstellen.